Meine These ist, dass wir die beiden Themen OER und BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, viel stärker zusammen denken sollten. Das ist ja auf den ersten Blick auch relativ schnell offensichtlich, wenn man bei OER sich überlegt, dass es eben darum geht, das Rad nicht immer wieder neu zu erfinden, sondern auf dem aufzubauen, was auch Menschen schon vor allem gemacht haben. Also da ist ja schon sehr, sehr klar eine Nachhaltigkeit drin. Ich finde aber, dass zu BNE und OER auch noch viel, viel mehr dazu gehört. Man kann sich ja zum Beispiel das Nachhaltigkeitsziel der guten Bildung für alle angucken. Und das ist ja auch was, was man durch OER mit verbreiten kann. Ich finde aber vor allen Dingen auch die Perspektive wichtig, dass wir auf OER ja nicht immer nur aus einer Materialperspektive schauen, sondern eben auch Open Educational Practices, also die Art zu lehren und zu lernen, in den Blick nehmen. Und ich glaube, da sind BNE und OER sehr, sehr, sehr nah aneinander, weil es eben gemeinsam um das Lernziel geht, Menschen zu ermächtigen, ein gutes Leben zu gestalten für sich und andere jetzt und in Zukunft. Deshalb also These für die nächsten Jahre. Es lohnt sich, noch viel mehr zusammen zu machen im Kontext von BNE und OER.